Welcher wunderbarer Tag hier im Urlaubsort bei The Secret World. Ich bin übrigens euer Dingsbums, ihr wisst schon, Touristenführer TVK von dem Reisenbüro Brain Clubber. Und ja, wir haben hier ein bisschen was zu tun. Hallo Telefonbuch. Ne, ich brauche kein Telefonbuch. Geh weg. Weil ich bin cool. Ich rock und ich bin quasi gottgleich. Ja. Wir rennen jetzt einfach mal an den Zombies vorbei. Sprint mal ein bisschen, Mädel. So. Wir müssen die Kamera aus der Tankstelle beschaffen. Das sollte hoffentlich kein Problem sein. Die Kamera ist... Wo ist denn die? Kamera? Moment. Lasst mal überlegen. Eine Kamera in einer Tankstelle. Ach, du Rieseneimer. Äh. Ach, Hilfe. Zombie-Alarm. Weil alle tot um. So. V. Ähm. U. Hahaha. So, das wäre Möglichkeit A gewesen. Es gibt auch noch eine Möglichkeit B. Ich zeige euch jetzt mal kurz, weil es gibt noch den coolen Weg. Für die coolen Kids. Oh, der coole Kids-Weg geht nicht mehr. Wieso nicht? Hallo? Der geht tatsächlich nicht mehr. Was ist denn jetzt los? Oh, wie gemein. Der ging mal. Müsst ihr mir jetzt einfach glauben. Wobei, ihr glaubt mir eh nie irgendwas. Deswegen versuchen wir es doch noch einfach mal. Ne. Der mit dem Stahlträger. Der hat keinen Collider mehr. Was soll denn der Quatsch? Komm. X drücken. Sprinten aktivieren. Vielleicht springen wir dann weiter. Ne. Geht echt nicht mehr. Krass. Also, ich bin mir sicher, wir sind da früher hochgehüpft. Und haben quasi alles getan, was man so tun kann. Wir müssen jetzt noch die Bank besorgen. Äh. Die Bank besorgen. Wir müssen noch das Geld aus der Bank besorgen. Hallo. Ja, ja. Hau du mal. Hau du mal. Äh. Ich würde gerne, hier gerne, äh. Hier gerne irgendwie in die Bank gehen. Wo ist denn hier die Bank? Nicht doof? Das ist gar nicht die Bank. Warum sagt ihr mir nicht, dass das hier nicht die Bank ist? Das ist äh äußerst unfair von euch. Bank. Die Kamera aus der Bank besorgen. Okay. Okay. Gut. Dann nehmen wir die halt mit. So. Jetzt müssen wir die Kamera am Bergbaumuseum beschaffen. So. Schauen wir. Hier ist das Bergbaumuseum. Hier ist die Cam. Da oben ist die Cam. Das heißt, wir gehen jetzt mal hier rein. Gehen hier hoch. Gehen hier nicht hoch. Äh. Jetzt aber. Ich weiß nichts mehr in diesem Game. Nichts. Aber hier drinnen ist doch warm und heimelig. Das heißt, hier müsste eigentlich irgendwo ein Wupsi sein. Oder auch nicht. Okay. Dann habe ich natürlich nichts gesagt. Falling Rocks. Ja, sehr Interessantes. Wieso wackele ich denn so? Hallo? Achso. Wegen dem da. Ja, da helfen wir nochmal eine Runde mit. Ist ja nicht so, dass wir hier. So. Egal. Wir müssen jetzt auf jeden Fall irgendwie auf dieses Dach kommen. Das heißt, wir benutzen doch einfach mal diese Leiter hier. Hallo Leiter. Äh. Rechtsklick natürlich. Und dann werden wir einfach mal versuchen, rüber zu kommen aufs andere Museum. Hier ist kein Wupsi. Das ist schön. Hier ist ein Dach. Nein, Alter. Ja, räumliches Sehen und so. Ich trage ja zum Glück einen Oculus Rift. Da ist das alles gar kein Problem mit dem räumlichen Sehen. Da, äh. Hier ist ja quasi alles schön. So, komm. Bupp. Wir sind auf dem Dach. Von dem kleinen Bubsi-Bär. So, wir sind ein Dach zu hoch. Wir müssen hier hin. Da hin. Hol ihn. Klick. Jawohl. Das ist die, die ausgewechselt werden muss. Erledigen Sie, dass vor meiner Rückkehr aus Bangkok neue Kameras finden Sie im Untergeschoss. Und vergessen Sie nicht, dass die Reparaturformulare auszufüllen, um bei der bla 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 Hausmeister F5. Keller des Bergbaumuseums betreten. Äh. Ich glaube, da haben die Zombies was dagegen. Aber es ging irgendwie. Ah, ich hab's nicht geschafft. Dann, äh. Tschüss. Wie du lebst noch, Alter. Geh mal tot, Junge. So, wir müssen jetzt in den Keller. Und Keller sind nie gut, übrigens. Bloß, falls ihr es, äh, vergessen haben solltet. Weapons. Chaos-Fokus. Y. Zerlegen. Zerlegen. Jawohl. Hier übrigens. Aus 5 macht ihr das nächst höhere Stufe, quasi. Das hier ist ein, äh, Qualität, Qualität. Seht ihr? Das heißt Basismetall, unvollkommenes Metall. So, mehr haben wir noch gar nicht. Oder? Ne. Oder? Ah, ich weiß nicht. Wie viel Gesundheit weniger? 74 Gesundheit weniger? Ich glaube nicht. Zerlegen. Ähm, so. Schauen wir hier mal. 174 Gesundheit. Oh, macht viel mehr Gesundheit. Cool. Ja, möchte ich. Den Ring des schwelenden Dämons. Darf nicht zerlegt werden. Okay. Äh, kommst hierher. Es gäbe mir, was du bist. Metaphokus selten. Okay. Ja. Natürlich. Ausstatten. Objekt geht auch nicht. Das heißt, auch dahin. So. Jetzt aber hier rein. Wir müssen die Solo-Instanz betreten. Ja, richtig. Uh. Ganz wilder, böser. Äh, Ladebiken, wollte ich jetzt sagen. Ladebiken. Ja, richtig. Stimmt ja auch. Ja. So, den Hausmeister nach den Kameras fragen. Ja. Hallöchen Kameras. Ich denke, sie sollten gehen. Sie sollten sofort gehen. Sie müssen gehen, weil ich mich im Moment nicht besonders stabil fühle. Ich fühle mich übrigens im Moment auch nicht besonders stabil. Aber das macht ja nichts. So. Jetzt kommen diese ersten Schleich-Missionen. Seht ihr? Wir müssen hier den Kameras folgen. Ich hoffe, der Blutrabe macht mir das nicht alles kaputt. Kommst du mit? Ja. Ja. Der ist ganz cool. Flomp. Shit. Äh, Erfolg gescheitert. Mist. Sag mal. Wie beglaubt bin ich eigentlich? Kann mir das mal irgendeiner verraten? Ich muss doch hier dieser Dinger sehen am Boden. Hüpf. Hüpf. Hallo. Hey. Einen Weg finden, die Sprengfalle zu umgehen. Ja, da bin ich schon einige Male gefehlt, weil ich bin nicht so der Wusselwussel. Schauen wir mal hier. Da oben ist ein Schalter. Den müssen wir drücken. Da sind Kameras. Den sollten wir nicht zu nahe kommen. Aber. Schauen wir doch einfach mal. Wie ist das, wenn ich hier reinlaufe? Wenn ihr übrigens was piepsen hört, bin ich gleich tot. So. Äh, nein. Wir dürfen nicht in den Lichtkegel einer Kamera kommen. Und piepen. So, wir haben es geschafft. Wir sind weitergekommen. Jetzt ist hier dieses dämliche. Hallo. Der wurde übrigens extrem vereinfacht. Das kann ich euch gleich mal sagen. Der Parcours. Wow. Was ist hier los? Ah, hier müssen wir rein. Oh, da hinten ist ein Wupsi. Mann. Komm nicht an den Wupsi. Oh, nee. Wurde doch nicht vereinfacht. Das war quasi bloß der Einführungsraum. Hier ist es der eigentlich böse. Ich würde jetzt gerne Escape drücken und speichern, aber das haben Spiele so an sich, dass die das leider nicht haben. So, wir müssen jetzt hier durch. Die Kamera bewegt sich da. Dann da. Dann wieder hier. Ja, und jetzt wieder da. Jawohl. Oh, Mann. Ja, das war es übrigens. Wir sind tot. So, der Vorteil ist, dass Dinge, durch die wir schon hindurch sind, eigentlich freigegeben sein sollten. Weil es wird nicht resettet oder so. Das wird ja hier. Wir haben das alles freigeschaltet. Das heißt, wir können einfach hier. Nee, ich muss ja das abstellen. Äh, weg. Dismiss the pad. Dismiss the pad. Dismiss, habe ich gesagt. Tschüss. So, egal. Dann flatter halt hinter mir her. Wenn es denn schön macht, will ich dir nicht deinen Spaß nehmen. So, jetzt wieder. Äh, wir müssen also da hoch. Irgendwo. Da hinten ist es. Da kommen wir nicht so einfach hin. Müssen wir jetzt mal hier lang. Wenn du mich zwei kämpfst. Habe ich ganz übersehen. Leider sind wir zu schwach. Wir können uns leider... Wow, Alter. So, leider hat es nicht viel gebracht. Die Kameras haben sofort wieder aufgeräumt und neue explosive Dinge dahingestellt. Frustfaktor übrigens sehr hoch. Nur falls ihr es wissen wollt. Wow, Alter. Nein, 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 nein. Ja, ja. Macht ihr mal Boom. So. Kamera wieder resettet. Schwupps. Hier können wir hin. Dann können wir jetzt hier hin. Nein. Ich packe es nicht. Erste, erste Sabotage-Mission überhaupt. Und was mache ich? Ich lüsche hier rum. So. Vielleicht ein anderer Weg. Aber ich glaube es fast nicht. Wir müssen irgendwie da hinten hinkommen. Aber frag mich mal wie. Äh. Okay. Jetzt geht es wieder darüber, oder? Ja, ich wusste es. Bitte, 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 lass mich am Leben. Ich will doch nicht sterben. Ich bin doch so jung. Komm ich jetzt schon da durch. Ja. Schlumpf. 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 Pam. 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 Wir sind so gut. Wir haben es geschafft. Wir sind die Meister des Heldenwerks. Oh, jetzt kommt da mal. Jetzt will da was wissen. So, komm. Hau ab jetzt. Ihh. 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 Glibber. V. So, wir bekommen ein Waffen-Werkzeug-Set. Herrliche Sachen. Kiste mit Kameras benutzen. Wollen wir definitiv. Glibberibi. Guck mal da. Da ist Glibber drin. Was haben wir jetzt? Ah, herrlich. Wir können einfach hier wieder raus. Und, äh, das sollte eigentlich gar kein Problem sein. Wissen. Ich habe einen Wupsi gerettet. Aus den Tiefen des Kellers. Wir sind so gut. Ohne eure mentale Unterstützung bei diesem Rätsel hätte ich es niemals geschafft, so glorreich zu siegen. Und ich meine die paar Vierschläge. Die, äh, übersehen wir einfach. Oder? Da geht ihr doch mit mir konform. Einfach übersehen den Quatsch. Was soll das? Ach, wir sind wieder draußen. Ach, sind wir gut. Ach, wir sind so toll. Ja, herrlich. Schauen wir mal. Wir müssen jetzt Kameras installieren. Wo auch immer. Ach, da oben. Okay, dann tun wir das. X. Haben wir kein Auto. Das heißt, wir sind am aktiv ausweichen übrigens. Nur, falls jemand fragt, was wir gerade tun. Wir rennen nicht, wäre weichen aktiv aus. So, solange jetzt keiner da oben die Mission annimmt, sind wir eigentlich auf der sicheren Seite. Das war beim Spielstart richtig übel. Weil es war hier quasi dauernd Zombie-Apokalypse. Was? 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 Wo? Ähm. Wo? An einer Stra... Das ist eine Laterne. Halt die Fresse. Aber an welcher? Aber an welcher? Hallo? Ach, da. Uh. Ey, Typen. Geht mal gar nicht, Jungs. Und, äh, Mädels. Und Zombairien. So, wir müssen noch einen an der Hausecke. Okay. So, haben wir auch. Dann am Baumstamm. Ich glaube, das ist der Baumstamm, oder? Ne, ist die Straßenlaterne. Wo war denn der Baumstamm? Ach, da hinten haben wir noch was vergessen. Okay. Das erklärt so einiges. Hä? Hä? Wo ist denn das? Ach, das ist auf der anderen Seite des Fours. Dann forcen wir doch mal. Die ganze Sache. Wollen wir mal forcieren. An der anderen Seite des Fours. Baumstamm. Uh. Ja, herrliche Sache. So, jetzt müssen wir zu Benaman zurück. Wir müssen nämlich erst noch das Ding initialisieren. So, initialisieren. Was sehen meine entzündeten Augen? Weiß ich doch nicht. Was entzündete Augen. So, Stationssicherheitssysteme. Eins. Eins. So, jetzt können wir uns ja mit dem Feed ansehen. Schauen wir mal eins. Hm, okay. Alles klar. Da sind keine Zombies. Jetzt schauen wir uns zwei an. Äh, ich sagte zwei. Guck mal da. Zombies. Hm. Nom, nom, nom. Äh, drei. Äh, drei. Ihhh. Venedigt-Typen. Und, äh, vier. Ja, buf. Oh. Ja, buf. Oh. Ja, buf. Ja, ich würde dem ja mal empfehlen, unten einfach drauf zu ballern. Aber gut. Kann ja nicht alles haben. Richtig senden übrigens. Wir sind fertig. Ja, wir haben es geschafft. Wir sind so gut. Jetzt seht ihr übrigens hier wieder. Was ihr ja schon gesagt habt. Da ist jetzt 18-Stunden-Timer normalerweise drauf. Jawohl. Und, äh, die Versorgungsaktion haben wir schon erledigt. Könnten wir aber nochmal machen. Wollen wir aber nicht. Denn wir wollen ins Inventar gucken. Ja, aber ich glaube nicht. Blub. Objekt zerlegen. Oh, guck mal da. Blub. Können wir noch nicht. Können wir noch nicht weitermachen. Egal. Wir müssen N drücken. Weil wir haben ja schon wieder zwölf Kraftpunkte. Und wir müssen ja immer noch unseren Anfängereinzelkämpfer, wollen wir ja haben, wegen den Klamotten. Das heißt, wir brauchen definitiv, äh, ein bisschen davon. Schauen wir mal, welchen brauchen wir denn? Wir brauchen den dritten. Holen wir jetzt hier noch einfach. Ach so. Wir sollten das mit denen da machen. Eins. Zwei. Und die Elementargewalt. Bam. So, haben wir auch fertig. Grün. Grün. Da fehlt uns noch einer. Oh, den können wir uns direkt holen. Hä? Haben wir doch. Ach nee, tanzt in der Klinge. Kaufen. Jetzt haben wir einen grünen. Okay. Drei. Da fehlen noch. Da fehlen noch ein paar. Jetzt haben wir nur noch einen Punkt. Mit einem Punkt kommen wir nicht. Ach doch, den können wir auch noch nehmen. Hitzkopf. So. Herrliche Sache. Jetzt gehen wir hier hoch. Wir brauchen, äh, was brauchen wir denn? Kleine Talismane will ich nochmal einen Punkt setzen. Jawohl. Und Kopf-Talisman will ich auch einen Punkt. So. Haben wir die alle mal auf. Fähigkeit 1 zumindest schon mal. Ist aber gar nicht so schlecht. Wir haben jetzt noch einen Fähigkeitspunkt. Ach, ich könnte hier noch Überlebenschance. Was ist Überlebenschance? Oh ja, das ist cool. Die Fähigkeit, die sie erleben müssen, spricht nicht ihrer höchsten Fertigheitsstufe für diese Waffe. Wenn die maximale Qualitätsstufe der Ausrüstbarwaffe nicht erhöht. Ja, keine Ahnung, was du von mir willst. Ich habe eine neue Kraft, Lebenskraft. So, hier könnten wir übrigens jetzt die ganze Zeit durch wechseln, weil wir haben ja hier drüben Kräftesuche. Ich möchte bitte nur, nur die verfügbaren. So, da seht ihr alle Passiven. So, das sind alle Passiven, die ich besitze. Und ja. Das sind alle Passiven. Oder, wie ist es doof? Moment. Verfügbar. Gekauft. Ach, gekauft ist es. Genau. Das sind alle unsere passiven Fähigkeiten. Hier könnten wir jetzt die ganze Zeit austauschen. Einfach so. Und dann das da hinlegen zum Beispiel. Dann hätten wir es da drinnen. Brauchen wir aber jetzt gerade im Moment nicht, weil wir haben ganz andere Probleme. Wir müssen nämlich wahrscheinlich weiter Zombies klatschen. Das tun wir aber nicht heute. Das macht heute Kalea für uns. Und wir sehen uns alle. Puh! Oh, Zombie-Allergie. Wir sehen uns alle wieder in der nächsten Folge. Euer Tivika von dem Brain Clubber und dem Kätzchen. Tschüssikowski. Tschüssikowski.